Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Soller, ich bin Analyst bei Börse Daily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 15. Mai. Starten wir wieder mit dem Rückblick auf den Vortag mit den Markierungslinien vom vorherigen Tagesschart. Da hatten wir den Short-Bereich zwischen 11.940 und 11.970 Punkten gehabt. Wir sind hier aber im normalen Handelsverlauf dann weiter angestiegen, bei 11.991 Punkten aus dem Handel gegangen, knapp unter der Marke von 12.000 Punkten. Wir sind hier außerdem mit einem Gap-Up, wie man erkennen kann, in den Handel gestartet, hatten dann also einen starken Tag gehabt, obwohl wir uns hier weiter im Abwärtstrend befinden und der Trendindikator war am Vortag zwar noch rot, ist aber auf blau gedreht jetzt über Nacht. Das bedeutet noch nicht, dass wir hier einen kompletten Trendwechsel haben. Der Trendindikator, der zeigt nur die Richtung für die kommenden Tage an, also die ganz kurzfristige Trendrichtung. Und der Farbwechsel deutet aktuell eher auf eine Korrektur im Abwärtstrend hin und nicht auf einen kompletten Trendwechsel. Die Marke von 12.100 Punkten bleibt weiterhin im Fokus, solange wir uns unter 12.100 Punkten befinden, ist in Folge dann wieder mit fallenden Kursen zu rechnen. Gut, machen wir dann weiter mit dem Tagesschart für den heutigen Mittwoch. Da haben wir, wie gesagt, den Trendwechsel von rot auf blau. Wir haben den blauen Kreis hier. Aktuell ist daher kurzfristig eher wieder mit steigenden Kursen zu rechnen. Der Trend bleibt aber unter der Marke hier von 12.100 Punkten insgesamt eher short. Und die Long- und Short-Bereiche haben wir für den heutigen Mittwoch zwischen 11.900 und 11.940 hier bei diesen grünen Markierungslinien für mögliche Long-Positionen. Und für Short dann bei 12.050 bei der roten Markierungslinie und 12.100 bei der dunkelroten Markierungslinie. Nun möchte ich noch eben einen Blick werfen auf den aktuellen Wochenchart. Da haben sich die Markierungslinien nämlich mit der Entwicklung vom Vortag geändert. Und wir haben hier nun die dunkelrote Markierungslinie bei 12.400 Punkten. Das war hier auch der Bereich des alten Verlaufs hoch. Die rote bei 12.100 Punkten. Das deckt sich dann auch mit dem Tagesschart und markiert nochmal die Bedeutung der Marke von 12.100 Punkten. Und nach unten haben wir dann die hellgrüne bei 11.950 Punkten und die dunkelgrüne bei 11.800 Punkten. Das wären dann praktisch hier die nächsten Anlaufmarken bei jeweiliger Unterschreitung oder Überschreitung der jeweiligen Linie. Gut, dann wären wir erstmal durch für heute. Ich melde mich dann mit Kommentaren unter dem Video dann je nach Verlauf. Und am morgigen Donnerstag wieder mit dem ING Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im heutigen Trading und bis morgen.